Herr Kalten, was möchtest du wissen und von wann? Ich will es zum Schalschl abspruchen. Sagst du mir mal, warum du immer nur zum Schalschl und Pappelen geworden hast? Heute solltest du uns gleich Alarm haben zu gehen. Ja, und warum bist du mal mit mir so rumzerriert? Geil, da ist ein Pappelen nur getrannt. Und was sollst du dann alles mit dem Laden und dem Bögel in der Gassele gemacht? Ja, ich fang kein Fesse holen kann oder Spotsätze von mir. Ich brauche mir kein Anderes egal, ich weiß schon alles. Nein, ich muss, ich mal E- pinee fangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.